Hey Leute, was geht ab? Willkommen zur ersten Folge von Minecraft Team Wars. Das ist basically Waro, nur Crack mit ursprünglich 32 Spielern, davon sind 6 gelieft und die restlichen Szenen sind einfach nicht da. Ganz normales Planen halt, ne? Kennt man. Ähm, und ja. Eins. Okay, komm. Renn! Lass da hin, hinter die Berge, okay? Wo sind die Berge? Die Schweizer Berge. Ja, hinter die Berge. Die Schweizer Berge. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kann ich schlagen? Oh fuck, Gurke ist am spawnen. Gurke ist gestorben, deswegen ist er am spawnen. Warum ist er gestorben? Ja, der ist qualifiziert. Äh, warte. Was für Wartel. Ey, Rupertl. Oh, let's go, let's go, let's go. Sollen wir kurz Equip machen? Ja, ja, ja. Kannst du, kannst du schon Gurke kippen? Ja. Gurke, mach halt morgen weiter. Woha. Nein, nein, nein. Äh, slash, tp, Gurke, minus 200, 80, 300. Ich hoffe, der schuppt gerade nicht in der Wand. Ich glaube, die Koordinaten sollten richtig sein. Okay, wir machen nie wieder mehr, äh, in Dings. Was hab ich hier? Uh, let's go. Ich hab, ich hab, ich hab von zwei Goldschwerter. Äh, mit, einmal mit. Oh, ich hab das vier und looting zwei. Let's go, let's go, let's go. Ich hab das vier, Junge. Wie die Klatschen kostet jeder. Das ist fertig. Und ich hab noch einen Goldapfel. Okay. Dorf, let's go. Ey, Dorf, 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 Dorf. Rennen, chill doch mal. Junge, ich bin hier am Sachen farm, du Autist. Ich geh grad zum Dorf. Ich hab, äh, Unbreaking zwei Goldpicker. Okay, ja. Ich hab echt scheiß Sounds. Ja, wofür, wofür? Siehst du das Dorf? Ne, ich geh jetzt im Runen Portal. Ja, ich geh zum Runen Portal. Und, ähm, wenn du weiter runterläufst. Ich hab keine Koordinaten. Ja, wenn du runterläufst, runterläufst, ja. Äh, sollte... Wer hat der Wasser? Äh, ja, ja. Dann sollte... Dann langsam das Ding kommen. Ach, ja, ja. Weil ich schlag, ich schlag den mit... Kennst du die, die Map eigentlich? Nein. Okay. Ich hab's halt nur ein bisschen vorrennen lassen, das war's. Alles klar. Du hast schon mal Steinsachen, ne? Ja, ich schlag grad den Eisenkohl mit Looting zwei. Nein, nein, nein! Geck! Oh, okay, ja, ja. Ich baue heute die Sachen ab. Und die Fleißen? Drei! Ey, das ist doch Scam! Na, Maik, ich steuere ein bisschen, ne? Oh, sorry, ich hab's Bild an mir. Äh, welches Schwert willst du haben? Looting oder Sharpness? Sharpness. Okay, oh. Wie viel damage macht das? Ähm, sechseinhalb. Fass für... Fass für... Besser als ein anderes Schwert. Oh. Äh, warte. Machen wir... Machen wir einen Speedrun oder spielen wir Team Wars? Äh, ja, ja. Wait, hast du den Golem mit dem Eisen getönet? Ja, ja. Mit dem Sharpness? Äh, beides. Äh, ich hab vier Eisen. Nice, nice, nice. Oh, Achievements sind aber scheiße, ne? Ich hab Unbroken zwei Dingsbombs. Achievements irgendwie ausmachen auf Dingsbasis, auf morgen. Weil das ist halt Spoiler. Achievements? Ja, fuck, ne? Ja, man sieht, wenn Leute nennen und alles gehen. Egal. Egal. Oh, was willst du lassen jetzt gelieft? Warum nicht betten? Ich bin doch... Ich bin doch nicht dumm. Egal. Doch, ich bin dumm. Aber... Wieso betten? Ich bin grad voll gewohnt am Speedrun-Digger. Tch, du dumm, Alter. Okay. Äh, hast du mal Steinecrip holen? Ich hab schon Steinecrip. Äh, bruh. Ich hab nicht gelaufen. Hab doch gesagt, die sollen alle respawnen. Respawn? Äh, rein, nochmal neu joinen. Wegen der Zeit. Hab ich auch nicht gemacht. Ja, wurf schon gleich gekickt auf jeden Fall. Ja, hast nie bei mir gesagt. Ich war weg. Wieso fahr mich herde? Ähm. Gib mal kurz... Hast du Eisen schon? Ne, ne? Nein, what the fuck. Gib mal kurz, äh... Craving Cable. Aha, hier. Hier ist sogar Fletcher. Okay, Sticks. Äh... Ich mach uns ne Eisenpicke. Und? Beiden? Ich hab nur eine. Ich hab nur drei Gold. Lass uns unter die Höhle. Ja, guck mal, warum sie meine Achievements. Soll ich nicht rüberschauen? Ja, das wird, glaub ich, ein bisschen ficken. Ja, siehst du? Okay, ich join mir nach. Äh, nach. Ich kick einfach alle nach. Um 19, 20 dann einfach. Ich kick alle um 19, 20 dann einfach. Ich kick alle um 19, 20. Ich mach doch mal reinschauen, wieso das denn? Ja, weil... Das geht nicht. Äh, sorry, das ganze Kinderkrankheiten, aber Folge 2 soll sich da funktionieren. Kinderkrankheiten? Ja, ist doch immer so. Oh. Doch! Wenn irgendwas nicht funktioniert, weil... Wenn irgendwas nicht funktioniert, weil es halt ganz am Anfang ist, so... Dann muss halt Kinderkrankheiten. Kenn ich sowas nicht. Dann lass ich in die Höhle oder so gehen. Ja, warte. Wie viel Eis ins Zeug? Ist das... Auf welche Schwierigkeit ist das eigentlich? Äh... Hart. Okay, nice. Warte mal. Ist das nicht Hardcore? Naja, nicht Hard... War aber auch Hard. Äh... Nicht Hardcore, weil Probleme mit Dings wieder. Hm? Äh... Oh, hier geht's runter. Hier geht's tief runter. Ähm... Warum nicht Hardcore? Ist ganz einfach, weil es ansonsten Probleme geben würde mit dem Plugin. Alles klar. Lack. Ich glaub jetzt keine Lacks. Aber hier geht's zum Server. Serverauslastung ist bei drei, vier Gigabyte. Das geht ja klar. Geht ja klar wie Butter. Oh, hier ist Eisen. Hast du Eisen gefunden? Haben wir Essen? Oh. Ja, ich hab Brot. Wie viel? Preistig. Okay, ich geb noch ein bisschen. Ich hab gar gar keins nämlich. Und ich verhungere gleich. Ey, jetzt übel dich halt. Zieh runter, ne? Hallo. Gib mir Brot gleich. Komm her. Komm her. Ja, okay. Ich kann nicht mehr Dingsen. Also spielst du nicht mit Dings da? Mit diesem, dass du immer Licht hast? Ja, ja. Ist das erlaubt? Natürlich. Creeper. Junge. Junge, das sind meine Regeln. Natürlich ist das erlaubt. Ich hab ein Eisen. Ist einer gestorben? Auf! Ne. Au. Yeah. Der Typen wohl gefährt. Äh, Crafting Table? Was heißt das denn? Hier beim Crafting Table? Ein Schildwald hammer. Ja. Ich mach einmal. Ja. Ich mach erst mir ein Schildwald, du weißt er ich bin ja dumm. Du bist echt dumm ja. Wir bekommen doch ein Zombie. Pass auf. Detox hat PC-Verbot. Na moin. Warum denn? Wer hat so ein PC-Verbot? Detox anscheinend. Ich sag immer, das ist doch Ding. Ach du, Kohle? Ja, hab ich Nach oben rein Ich mach mir mal kurz Was mach mir? Ich mach mir eine Steinaxt Nein, ein Steinschwert Wenn es halt kaputt ist Achtung, krieg ich was bei dir? Krieg ich wieder gerne left Krieg, krieg, krieg Was hast du? Zwei Herzen, oder was? Nee, drei Was? Drei Herzen Drei Herzen? Ja Das war's gewesen, ne? Digga Dann hätte ich auch Spawn Protection gehabt, Digga Nee, nee, nee Hier ist nichts Imagine, was war First Bud wegen dem Tod Oh, wie ein scheiß Creeper, Junge Digga, machst du gleich fast einen Stegi-Move, Alter Warte, ich geh kurz hoch Wegen, äh, Ofen Darf Solo vs. Solo? Äh, na Nee, nee, nee An sich wär's fair, aber halt Solo gegen Solo wär halt übelst fair eigentlich Er hat seinen Hund verloren beim Gassi-Gehen Wie kann er, hä? Hä? Der Arme Das ist so lustig Ja, natürlich ist es nicht lustig, aber wie kann man sein Hund beim Gassi-Gehen verlieren? Und deswegen PC-Verbot bekommen, hä? Oh, Mann, ey Ach, mach nicht Meine Mom kommt einfach rein Was? Meine Mom kommt einfach so rein, ob ich das noch fertig esse, oder? Du? Ja Warum ist schon ein Gewitter? Keine Ahnung, wo dort ist jetzt bis... Ich Minecraft-Gott Schon wieder? Ich wüsste nur bis jetzt desconnected Äh, auch wieder, auch wegen wegen dem Nochmal wegen Zeit Er war doch hier, seine zwei Eisen Seine zwei Eisen Wie warst du zwei? Nein Ah, jetzt tun wir nicht so Ich hab sechs Eisen gefarmt, ey Junge, bist du dumm? Ich hab sechs Eisen grad gefarmt, lol Digga, das geht hier um Leben und Tod Tun wir nicht so Ja, nimm halt eins, dann haben wir halt ein bisschen fair Mach ich... Ja Dann mit der Kosita Dann mit der Kosita Dann mit der Kosita Ja, ja Genau, weil Weil hier ist ja manchmal ein Kommunismus Nein, hier ist es hier im Tod Also wenn ich... Ich bin dabei, wie irre, alter Das kostet Ja, cool Ja Ich spiel nur Minecraft, bin generell dumm Okay, Lea Das stimmt, das Lea dumm ist Junge, wie viel Creeper willst du haben? Ja Alles gut, ich hab ein Schild jetzt Ähm, mach mir direkt mal ein Eis... äh, Eisenschwert glaub ich, oder? Ich hab was in der Laufe, oder? Ja, ich hab ein Gold, okay Ähm Hast du ein Steinschwert? Äh, ja, hab ich Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich mein Eisen noch ein bisschen sparen? Ja, oder? Soll ich mir direkt Eisenschwert craften, ne? Kraft... Kraft, ne? Ja? Ja? Ja, jetzt hat's 8, no... Äh, jetzt hat's viel Eisen wieder Okay, vielleicht auch noch 2 Komm, ich kann erschrocken Erschrocken, wieso das denn? Ja, wegen... Jemand hat Dings eingelöst Wo bist du? Wo bist du hingelaufen? Ein bisschen Creeper Oh, nochmal Eisen Ja, ich bin am meisten Farben Jetzt Full-Eye... Äh, keine Ahnung, wie wer das kommt Der geht's in Steve-Level runter Mit dir als Farben Ich glaub, dieses Folge wird noch Full-Eye-Rinner Sohn? Warte Ähm... Wecker 19,25 Ey, du... Ey, du... Ey, du... Ein Spawner Hä? Wo ist Spawner? Ein Spawner, bei mir Willst du mir doch auch so Farben bauen? Was? Klar Lass ne... XP-Farm bauen, ne? Ja Ne Creeper-Farm Wenn dann eine Lytra sterben Versicherung hat's nicht gezahlt M-m... Er musste selten... Mann! Das... Das scheiß Clip geht nicht Ey, hört auf mal jetzt mal die ganze Zeit Clips einzulösen Bei dir Ehrisch und kleines Kaninchen Das Aufnahme hier Wo liegt das Beuteltier? Hohoho Mein Arsch oder Hohoho Irgendwie ist das Team ja auch dumm hier Es reicht, Junge! Jens geht auf die Frisse! Umgebracht! So! Oh! Hat sich umgebracht Oh! Oh, okay Nein! Vom René-Team Er ist schon zwei Lächste Leistung Hohohoho Viel Spaß Wer... Die richtige Kecke Alter! Hast du den Ofen mitgenommen? Ja! Kannen wir... Waterclean machen? Nein! Waterclean machen? Was? Gut platziere ich habe 21 Ich habe 29 Oh! 29! Die machen uns Full Deer Äh... Full Iron Full Deer Äh... Ich habe noch einen Goldapfel Ich weiß Die hast doch sogar noch Lapis, ne? Ja, brauchen wir jetzt aber Lapis? I don't know Ähm... Gold... Lapis dabei haben ist trotzdem gut, wenn man verzaubert Ja, Kopper brauche ich jetzt nicht Firecharge Noch mehr? Hast du einen Eimer? Hast du einen Eimer? Du hast einen Eimer, ne? Ich mache mir jetzt einen Eimer nochmal kurz Ja Ist glaube ich insane wichtig, einen Eimer zu haben Klar ist ein Eimer wichtig für MLG Ich wollte mir grad... Mein Gott, ich wollte mir grad Balls machen, ich idiot Eis ist auch noch... Äh... Au! Scared! Scared Hä? Auch tot Ey, hallo jetzt die Hälfte der Dings... Hä? Der... Nein, der ist einfach gelieft Ja, nee Gelieft und dann ist tot Das war schon vorhin Nein, man kann nicht... Verrecken Man lief doch nicht beim Sterben Die Nachricht kommt wahrscheinlich später Das ist ja nicht die normale Minecraft Nachricht Oh mein Gott, der ist gestorben Hä, als ob alle fach... Hä, knaller Junge Hab ich schon mal Minecraft gespielt? Ja, in meinem Fall nicht... Silberfische? Ist an Silberfischen gestorben? Wieso weißt du das überhaupt? Ja, wieso wissen die's eigentlich? Wer schreibt das denn überhaupt? Hey Leute, aus dem Chat? Hä? Bro, können wir kurz... Können wir kurz drüber reden? Ich hab grad... Acht Zuschauer Das ist richtig geil, Alter Ich hatte gestern... Oh, fassen wegen Dings 16 Gestern hab ich... Okay Man muss ein Macher sein Ist klar Gestern hatte ich... Also hatte ich Rekord von 16 Zuschauern Ich mach mir Eisenrüstung Einfach gechoint Äh, Eisenbruch bitte Gestern haben wir ja auch neun Follower oder so gemacht Mhm Ich... Hast hier eine Wasserquelle? Äh, leider nicht, ne Hatten die... Hatten die oben Hier ist nochmal Eisen, let's go Ey, können wir den Deal abschließen? Mhm Wenn wir so ne Wasserhülle sehen, gehen wir ja nicht rein Skrt, was ist denn passiert Skrt? Bist du ein Silberfisch gestorben oder was? Was ist das, wenn wir ne Höhle sehen, was? Wasserhülle, gehen wir nicht rein Warum? Also Silberfischen Ja, aber ey, Steffen, Steffen Aber Silberfische ist jetzt... Bin jetzt nicht ich schuld, weil ich... Weil ich das nicht heute gemacht hab Weil ich das heute gestartet hab, come on Hä, was denn? Wegen scheiß lauer Höhle Klar ist sie nicht schuld Ja Ja, ohne Finn Als ob du mit Finn jetzt nicht gestorben wärst, Bro Als wäre Finn jetzt keine Ahnung, Klag, Alter Hättest du ja auch sagen können, du machst das morgen, oder? Hätt' ja doch Ja, hätt' ja... Aber denk, ich hab keinen Bock wieder ganz zu verschieben Ne Ich weiß nicht, er macht erst ab morgen, hätt' ja auch sagen können Flash-Counter Nimm diesen Enderman, pass auf Ja, ja Kannst du das Boot machen Oh ja, Boot ist praktisch Hast du Holz? Klar, ich hab... Ich hab 16 gestorben Ja, kein Bock mehr, wir haben gestern gestartet Nein, haben wir nicht Hä, nein Ja Steffen, jetzt komm, Stress nicht Ich mein, Finn hat noch Chancen zu überleben Ja, wenn du halt an Silberfischen stirbst, dann... Wie denn überhaupt? Keine nichts dafür Von wo hast du ja Silberfische? Let's go Und wo gibt's denn Silberfische? Da hab ich doch noch nie in der neuen Höhle gesehen Wird auch gern Eisensachen haben, ne? Ich weiß, du ist ja einfach... Es ist ein Fuhl, man muss nicht warten Einer spawnt auf einmal 100.000 Ja Okay, da werden die beide gestorben, Digga Wieso denn? Ich mein... Wäre... 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 Wäre er mit Finn Bei 10 Milliarden Silberfischen, dann wäre er auch gestorben Klar, du hast einen Clip davon, den würde ich gerne sehen Auf jeden Fall Bis 10 Milliarden Silberfische stirbst Ich wäre mit Finn auf Dorf such gegangen Hättest du ihn auch... Egal Äh, ich hab auch noch 10 Eisen, ne? Ich hab grad wieder ein bisschen Eisen Ich hab sogar Gold Oh, die sind wir weiter Ähm... Ich bin gleich Full Ironer Ja, vielleicht auch mir was abgeben Auch mal... Mir was abgeben, du Spaß So, äh... Dann restliche Eisen ist deins Ja, aber kann ich auch was anderes Das sind 43 Wurde gekickt, hab Aufnahme geschlossen War aber nur 16 Minuten drin Ist... äh... Ist das schlimm Also wenn du nach 16 Minuten denkst, egal, passt Ja, egal, kannst machen Kannst du mir auch was geben, Jan? Ja Irgendwie die Fotos oder so Hier 4 Und Rest kannst du daraus craften Verstehst du gar nicht, was ich meine Egal Wenn du mir irgendwie die Hose geben kannst Ich auch geschützt bin fürs Erste Ja, bist du doch Ui, ich hab nen Helm an Ui Einen Aluhilm wäre auch geil Gut Ich muss sagen, nächste Hohle voll Gehen wir dann noch tiefer in die Höhle Maybe kriegen wir dann Full Dia Denkst du, wir kriegen... Das kann Finn auch nicht mehr Warum? Finn kann doch morgen noch spielen Bisschen noch 5 Minuten, ja Müssen wir noch So richtig so genervt Kann ich mich einfach umbringen gehen Aber sorry Muss ich nicht machen WTF Hä? Ah Das erste Mal war das bei mir Ah, warte Warte Aber jetzt gerade viele, ne? Ne, es war gerade wegen dem Command Es war wegen dem Command gerade Den ich halt damals eingestellt habe Ob das ich jetzt die alle im Punkt 19, 20 gekillt Äh, äh, ge... Dings gekickt werdet Ähm War War eigentlich für den Start gedacht LOL macht weiter noch zwei minuten mr lasse was machen die denn das projekt endet nach drei tagen kann man das machen ja nicht vergessen 10 10 kommen schon erst morgen noch die 1 18 kann man tun muss man nicht haben oder eigentlich ist tonen minecraft schon gut so ist nicht also keine stimme doch stimme ist eigentlich schon gut ach egal macht was ihr wollt ja 1.8 besser steffen junge man wird doch nicht leben lang in der 1.8 spielen da wäre das dann wäre das ja natürlich aber aber dann wäre es hat wieder ein stück maß war wie wir ja bei allen anderen und 1.8 ist auch nicht gerettet noch eigentlich schon wegen der hüllen ja ja passen kraft aber man halt nicht allerdings gut ist das voll iron dann machen wir uns jetzt gleich noch 15 15 ist jeder noch 15 eisen bekommt okay klar dass wir es so lange ist noch schaffen aber ich müssen jetzt gekickt werden das ist das ist jetzt vorbei ist ja alexa lösch wecker ich kipp uns jetzt slash kick eigentlich jetzt okay wenn 25 kommen dann kick alle das war die erste folge von team was es war ein echt scheiß stressiger tag aber start aber ich mache den ich mache den scheiß ich mache den scheiß zum ersten mal der ja morgen geht es weiter morgen geht es weiter ja das ist ja was zwischen 16 und 22 uhr offen dass wenn ihr diese folge gerade seht haben wir gerade schon zur seite vorher gemacht fest war ob ich mitgemacht habe captain bürger dings wie heißt nochmal da ja dann ciao